Es ist Jahrzehnte her, wo ich regelmäßig orchestrale Musik gehört habe. Ehrlicherweise habe ich als Kind wirklich verstanden, was daran so wunderbar und schön sein soll. Meine wahrliche Wiederbelebung mit Orchestermusik hatte ich 2019 im November im Musikverein in Wien, wo ich das Prognor-Orchester vor allem Gustav Mahler spielend in einer bezaubernden Kompaktheit durch die meisterliche Führung von Markus Poschner erleben dürfte. Was für ein Abend!